Wer ist bei mir? Wer ist bei mir? Hallo? Daniel? Hallo? Grüß dich, hier spricht die Wilma. Wilma. Ich muss mit dir zu gehen. Ich merke aber, dass ich gar keine neue Beziehung eingehen kann, weil ich mit dir zu gehen muss, aber eigentlich ist es unsinnig. Und du möchtest das gerne ablösen des Kackmannern? Ja, ja. Was heißt hier ja, ja? Ja, ja heißt, leck mich am Arsch! Ja, es geht mir nicht gut dabei. Ja, ja. Meinen Weg nicht gehen, der ist immer noch in mir, heim mir. Hallo? Okay, dann werden wir dich jetzt erlösen und befreien davon. Nun, ich geh mal in dich hinein. Sag mir mal den Anfangsbuchstaben von diesem Mann, bitte. Okay? Wie Richard. Okay. Okay, ich bin jetzt auch schon in dir drin. Ja? Und ich guck mal, wo der sich da festgelockert hat bei dir. Ja? 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 Der ist bei dir in zwei Chakra-Chakra-Drinnen. Das ist ein ganz heftiges K-Kam. Ich hab den im Sex-K-Kam-Dir und im Beziehungs-Kam-Kam. Bitte was? Was? Der ist bei dir in zwei K-Kamen. Hab ich hier ein Beziehungs-Kammer und ein sexuelles Karma. Ja? Okay. Das werde ich befreien, wenn du mir die Genehmigung gibst. Ja, ja, bitte Daniel, sei für ihn. Okay, dann werde ich dich jetzt erlösen von ihm. Ja. Oh, siehst du das, wie das jetzt glüht hier? So, das haben wir abgelöst und jetzt noch das Beziehungskarma, damit er aus deinem Energiesystem für immer verschlossen ist. Ah, Daniel, bitte. Der tut mir nicht gut. Ja, ich weiß, ich sehe das hier. Und jetzt ziehe ich das Beziehungskarma ab. ... ... ... Ja, ja. Danke fürs Zuschauen. Flul.